Jeremy Renner's Familie Stolz, macht große Fortschritte Jeremy Renner, 52, scheint sich langsam, aber sicher wieder auf dem Weg der Besserung zu befinden. Anfang Januar verunglückte der Marvel-Star beim Schneepflügen schwer und befand sich infolgedessen in kritischem Zustand auf der Intensivstation. Inzwischen ist der Schauspieler jedoch wieder ansprechbar und teilte sogar schon einige Fotos aus dem Krankenhausbett. Nun verriet seine Schwester K.Y.M., dass Jeremy in den vergangenen Tagen große Fortschritte gemacht hat. Wie People berichtet, seien sowohl die Ärzte als auch seine Verwandtschaft äußerst zufrieden mit der stetigen Genesung des 52-Jährige. So begann seine Schwester zu erzählen, dass die Familie des Havkaye-Darstellers äußerst begeistert von den Fortschritten sei, die er seit seinem Unfall gemacht habe. Jeder, der Jeremy kennt, weiß, dass er ein Kämpfer ist und sich nicht unterkriegen lässt. Er sprengt alle Ziele, die er sich gesetzt hat, schilderte K.Y.M. stolz. Aus diesem Grund würden Jeremy und seine Liebsten auch nur positiv in die Zukunft blicken. Während der schweren Zeit wird der Vater einer Tochter tatkräftig von seiner Mutter und seiner Schwester unterstützt. So teilte Jeremy vor wenigen Tagen beispielsweise ein kurzes Video, in dem K.Y.M. ihm den Kopf massiert. Spamoment auf der Intensivstation, um eine Stimmung etwas zu heben, betitelte der gebürtige Kalifornier die Aufnahme humorvoll. Spamoment auf bis dahin. Spamoment auf auf demenen Zielenko. Spamoment auf der Entfernung an Laufen abtpum. Vielen Dank.